Was geht ab? Wir kommen wieder zu einem neuen Vollgeist-Video. Es ist sehr salty, sehr, sehr eng. Ey, Mohamed, hast du gesehen? Ich habe noch rausgeflogen. Was ich dir geschickt habe? Mit Dingen, wo du gegen das Flugzeug geflogen bist. Ey, gegen die Laterne. Das war so offensichtlich, ne? Es hat so fucking... Es hat so hat geleuchtet, bro. Das war so offensichtlich, bro. Es war so leuchten, wirklich. Ich hab's auch nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen. Ja, eben. Aber ich muss dir vorstellen, auf WhatsApp, das ist die schlechte Qualität. Ich hab von meinem Monitor abgefilmt. Du sitzt von deiner Playstation und dann leuchtet ein fettes rotes Ding und hat eine gelbe Antenne. Du musst das sehen. Rote zwei Punkte gesehen, wenn ich... Ja, aber Mohamed weiß, ist das so. Er versteht. Im Video, Bruder. Soll ich den Clip schicken? Nein. Habe ich das schon mal sehen, aber... Bruder, wenn man drauf achtet, aber wenn ich einfach fliege auf einmal das Platz... Nö, he, 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 he. Ich wäre so schwer aufsagen. Also, ich finde, Mohamed ist ein Bastard und sollte sich selber mal ein Eis sein gehen. Das findet jeder. Was für mich jetzt selber einschaltet? Oh, oh, brich mal dein Bein. Oh, da ist Big Ben. Ey, drück mal wieder auf diesen roten Knopf, das Monitor ausgehoben. Jetzt können wir alle quäleschen, wenn sie rausfliegen. Holy fuck. Noch nicht. Ihr seid ja alle Ronaldo-Fans, ne? Ja. Christo Ronaldo. Seid, Görlke bist du Ronaldo-Fan? Ja. Habt ihr die Werbung gesehen, wo Ronaldo ein Chinese einmal lässt? Also, ich finde... He, he, he. Wir halten sogar hier alle fest. Also, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was... Ein genuckelt hat den kleinen Fußballspieler von Inter Mailand. Und was laberst du? Seid die... Ja, es bringt doch nicht auf mein Kopf. Das Wort, da sind so Typ aus wie Ronaldo, äh, lutscht diesen kleinen chinesen Fußballer mit seinen Stutzen ein. Ja, ich... Weiß ich, von was du da schaust, oder aber... Google, Ronaldo, deepfake, lutscht klein. Piss, japsa ein. Ich will einfach schon, Bruder, ich pass schon. Oh, nur Spaß, das war alles bei der Fresse. Ich will nicht sehen, das ist mein Idol, dann wäre ich ganz schnell messig. Oh mein Gott! Schmutz, du, end... Wie heißt der hier? Bruder, die rechte das einfach, mein Gott, so bad. Das laberst du. Ah, ich glaube, Bruder, du bist der. Wurensohn! Ja, Bruder, du bist weg, 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 Bruder, du bist scharf. Das kriegt, brudelg Internal, das kriegtеляutigen, die ZK協 Belding, ich admissions verloren werden, den frage ich hart. Mich auch, also, ich hätte Heb chickenbrochal, ich hätte gewöhnt, dass er verkackt. Hey was, befreit ! Hey was, beεί ! So viel zu sehen Alors mean, dann nenne ich nicht, dass du jetzt verkackst, aber dass die Anwalt einfach beendet wird, Landsport spielen können. Das ist不要, oder 90. 담ullakt kommt nach direkt zum Teilnehmern Ol fier Titan sagte er운�bar 5 Jungs ich will einmal die nächste Runde packen was ist das gehört oh my god oh my god oh my god das raus das ist doch ein paar macht er was macht er es draußen Geld gemacht das war das ist und da und sie geht auf der Lärmste diese Schwerpunkte und diese Schwerpunkte und Verlager der sich rausgedrückt haben dann so Ding wir haben ein Schwiegers gehen das halt nicht jeder weiß noch mal die Sushi ist so gut ne schade bitte viel draussen er ist noch einer von dir aber auf einfach kann man vielleicht Video machen aber mein Gesicht ist auch schwarz dir gegen vier Fußball ist jeder geballter von euch? ach so der Kopf ist gestorben ja wo er gesagt hat, dass ich mir der beste auf und immer er ist random rausgefahren er wurde gesagt, wie ich du hättest das sehen müssen ich war weh ich da, sehr, sehr krank ich war sehr stark in dem Moment aber da habe ich diese, diese bewegen diese hin und her gummidinger, nee, gummidinger, diese Gummi da habe ich dagegen geknallt und hab voll gegen den Hammer mit Fuß ey, nein, gar keinen Bock auf die oder doch, das hat kein Skill vielleicht könnte ich einen Sushi Typen also gar keiner soll gewinnen aus der Sushi Sushi wird zu hart gewinnen nein, alle sollen gewinnen aus der Sushi, ja ich würde dir den Sieg jetzt echt gönnen weil es hat eh die letzte Runde ist so ich würde den Sieg den anderen gar nicht genau aber mir würde ich ihn richtig richtig gönnen ja, das ist ein bisschen so Fake ja, das ist so Fake Moment, guck mal, das kannst du das doch Fake oder? Sag mal ey, warum, was ist das so? hä, ich dachte, das ist das Ding ich dachte, das ist das Ding doch, Schleimkranz da ne, ne, der final ist immer egal Moment, guck mal, was ich jetzt nochmal geschickt habe ja oh mein Gott ist hier das ist doch Fake oder? auch hier also was kann man doch nicht bringen wie ich zweimal dieses komo welt diese schon sind doch sei zweimal braut aber sie tätowieren lassen und das dann wieder in der weg machen sind draußen das so unangenehm ja ja die sind bei der krone Digger das ist zwei Wege gibt es so spurensohnhaft gibt es zwei ja aber ein sucht ja nicht gewonnen ganz gut klappt und bleibt keiner wichser danke Mohammed ich küsse dich oder Gorkum Gorkum ist glaube ich 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 habe in die Beliefung ich werde in den Kopf hast du jetzt den geschrieben Mohammed das ding ist die andere nachricht ist da also es kam von gar nichts antwort ach so also die hat schon ein bisschen leben wieder gezeigt hast du es was jetzt gemacht Juscha ich bin ich komm mal Führer hey Gorkum mach mal's Gott wann wirst du dir denn anschreiben Mohammed Hammert mir ist gerade eingefallen ich trainiere eigentlich so hart ne ich trainiere behinderbar und hab immer noch zu wenig essen ne Bruder du wirst jetzt schon 30 Kilo abgenommen haben in den letzten ich sag mal nicht so viel mehr fressen sein du fett ist krass halt nicht fressen die Babys sind Cheatcode zu Proteine also was kann ich dafür ja ok vielleicht auch nicht viele Kohlenhydrate aber das ist ein fett ist krass Teiler macht bereit okay die haben 30.000 Kalorien aber scheiß drauf die Probleme sind da Lack reißt doch den Zahn einfach raus man Junge fack mich nicht ab hier ist so ein Drecks Video das geht über 6 Seiten die machen Fotos von dem Zahn Digga er sieht nicht mehr gesund aus wie ich das ist so ein Bruder reiß den doch einfach raus und die lassen ihn einfach drin wirklich es sieht aus wie ein Nuttensohn Hau weg weg Zahn geht braucht man nicht zisch zisch jalla Wofür braucht man diesen Zahn der wird so nicht jucken ne dieser Zahn der wird so kein Arsch interessieren keine Ahnung ich schicke euch jetzt zwei Screenshots das könnt ihr euch nicht ausdenken wirklich weil der Zahn ist so useless wirklich guck mal bitte ey das fack mich jetzt ab wie ich und die haben mich rausgerissen ne Nötigkeit nein aber guck dir mal bitte an wirklich guck mal wer da hängt der hängt auf halb acht guck mal das Zahnfleisch an das ist lila ist so grün die fack mich wirklich abfällig ist das Schleimkrax dann noch eine Runde ja oh mein Gott ich sterb wieder hier beim gleichen Ort ne 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 das heißt dann nehmen wir doch so schlecht im Moment wie ich du sagst du magst die map du hast nicht einmal eine solide Runde gespielt boah ich hasse Schleimkraxler ich bin nicht mal erst wenn du weiterkommst jetzt oh nee na budak will ich nicht du musst das perfekt heim was sagst du Mahama das ist jetzt so bad gewesen heute ich weiß wieso ey dicker das ist so unsynchronisch jetzt oh Jungs ich hab besiegt oh nee hier halten sehr viele Wichser fest Jungs bis jetzt heiß kocht und nein nein Jungs 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 ich hab ein ganz dickes Problem so dreckig Oh Jungs danke dass sie beliebt hat Jungs könnt ihr diese Runde belieben bitte Jungs believe doch man guck mal wo ich bin ich hab jetzt so verkackt ne ich bin von ganz oben wo die Hammer war ey was interessiert uns das hä er hat ihn soll sein ich hatte das erste bitte machen korrekt und beliebt bisschen bitte ich blieb liebe teiler hat lief ich würde die lieben ich meinst du dann möglichen glauben du musst ihn glauben so du musst glauben dass ich das ist packe ich habe gebraucht und geblieb doch nicht weil der schwule ist wer ist nie ich bin der schwanz um ein paar die nötig ist zweimal jetzt zweiterzeitlich fest jungs ich habe ein problem ich weiß wie dieses ding geht jungs mein gott ich gehe ganz schnell rein hier ist ein okay oh mein gott ich bin tot ja das war's so kammer kammer kam also bild kam aber aber warum ist moment so ist scheiße das scheiße gehört kämpft schreit so schlecht bei der männer ich dachte ich mag die map du magst die map auto wird aber du scheißt so rein so was geht doch gar nicht jetzt ich sag jetzt jetzt ich bin ich hab doch um dieser spielst du hast 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 du musst du bist du musst du bist du bist du bist du bist du bist du bist du hast du sie alle sind und so ist es nicht und ich bin es an der markt die märkte keine einzige abkürzung er geht um ein jungs jungs sieht man das war noch nicht mehr und mehr danach bin ich noch mal runde ich mag dich kann die ich fühle die map ist auch langsam also ich mag es wie ich es gefällt mir am morgens einfach so gut bin ich mich ab ich mag die map soll der liebige map erscheint so rein er weiß nicht wie man sich auf der letzten plattform bewegt zu hat er weiß es einfach nicht kennst du den big bababoo bär nicht die keule habt jetzt den zahlen gesehen faktisch das auch ein bisschen ab wenn ich ehrlich bin möchte ich auch so sagen hätte die euro so zahlen hätte doch gesagt bestimmt hau weg den oder ohne zu stress oder nicht ich habe ja bei sturm und sturm uhr war der also jedes mal diese scheiß map zeigen das sind ja immer änderungen und anwesendet wird weil wir heute haben das weiterverlust ist und er hat mich schon so dass wir noch nicht annehmen und er bleibt momentan kann wie ich das hat für das so schlechtes bietet der passen die neuen sohn Brötter Haus Brötter Haus der Wörter 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 der Schöpfung alles bleibt ich so war es ist gelten Nein du musst wirklich von den Dingen nein der ist festgehalten ich schreibe alles weggekriegt in der Nähe ich schwöre auf alles auf meine Mutter auf alles auf alles was hat er sich hat er hat er auf der ich habe und durch die Schwarzschule durch die zurückgezogen die Kiel das ist aber nur gerade also ich war ein Meter hinter die und dadurch habe ich es gesehen halt weißt du der mich fest ich war schon längst durch da habe ich mich zurückgezogen der Pfeffer Huren so wusste er wusste sagt mich mit dem Brüster ich weiß nicht wer das war ich guck der da da ich würde er wer mit Rüft oder wer hat Pfeffer der kennt der hinter dir das ist Pfeffer Typ das ganze du Huren doch das ist doch nur noch der genau der Vortrag der Pfeffer der Klinik der Klinik mit der Hälfte der Hälfte der Hohen und sohn das war und so und ich werde ich werde noch Jürgen Sieg die Wächterung der Pfeffer aus der Klinik der Hälfte der Hälfte der Hälfte Teller hat er lange mit der Hälfte der Hälfte der Hälfte der Hälfte aber weiter haben möchte Teiler haben aber das haben wir wo sie wieder abzunehmen ich habe ich bin ich kann nicht mehr ich hätte darauf lacht ihr aber ich glaube aber ich bin der muttertot und einigermaßen mit dem entgegnügen hat die mit dem Tod auch dieser mann ja gekriegt den Tod der Partie haben abgeteilt war ein aber hier ist sie in der Oberfläche von der Oberfläche ich bin jetzt der Fall ist aber es vergeht einmal wie du auch gar nicht reden wie ich bis in der ersten Runde ich hatte noch ein bisschen aufgeschieden wirklich muss ich habe den Namen der Fall der Lieblingsmärkte und bereist ihn nicht du kannst ja immer dass die Runde ich bin ich eine solide Runde nicht in der Tat gemacht hat er so gar nicht mehr hat ein Maul auch Kofi Elton Hammert wie das auch gekauft werden und der Tanz der Tanz dennoch wie das einmal der Wiener dieser Hammer ich habe gestern wieder von der Gesellung der Change noch erst gewonnen ich weiß das war vielleicht zu tun der musste 30 Runden spielen Spaß nein das ist das ging ich klar er musste diese Hammer Maps spielen aber die Mäbchen hat geil ne welcher war das ist schwarz oder der das sind zwei Pfeffers ich würde weiß der weiß warum bitte Hexagon bitte Hexagon oder Sprungprobe Sprungprobe bitte Sprung bitte oh nein du kannst gewinnen ich kann die Mäbchen nicht ich kann die Mäbchen nicht ich bin ich habe heute ich schwöre dir ich habe das gehört schon gesagt ich habe heute morgen heute vormittag als ich geschrieben ob jemand rauskomme ich vorgeist gespielt und da kam ich dreimal ins Finale und zweimal bei diesem Mäbchen einmal Sprungprobe zweimal bei diesem Mäbchen ich habe zweimal so bodenlos verkackt ne ich kann diese Mäbchen einfach nicht kann ich ich kann die Mäbchen nicht wenn die Mäbchen gewinnt bin ich sauer du musst auch von rechts er bleibt der Rest von ganz rechts nach wirklich was sagen sie sollen mal Gims ausbringen was du Mädchen ist betrieben dürfen warum durch die fester Arsch ab Alter ich will ich was trainieren du bist sehr gut Heider du bist richtig gut ich will Trainier stark stark von Tyler wähle ich bin Liene Wie bitte oder oooh der muss seine fresse halten ganz kurz hier dieser weiße mit seinem Osterei stark oooh nein du Kahle ich bin Laufen Tyler du sagst du siehst 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 so hoher die Verschüsse der Kurs am Akkabar Koppel Mokko das hat mich an der Röne steckt euch zu beschrieben ich kann nicht ich durfte nicht weiß ich bin er er ist das nicht so gut aber der Elmer Mutter alle sind zwei Uhr selbst mein Gott bin ich gut das ist das ist der Spitze von denen die ganzen Leben ich bin gut von uns eine Runde ist ein Kölner 20 6 sie hat alle geblieben erfreut aber auch gemacht und das gehört und verhandelt er nicht mehr drüben in der Runde war es gehört nicht zu sein erzweißte warum aber durch diese Beier und die dicken Erschwoll nur angeben die Bono Prozesse das ist das ist das Erdbeer gesessen gar nicht zugehört die solchen nur für Frauen machen weil die Prozent mit dem ersten würde der Welt noch mal trainieren da kommen die Leute mit 30 Zentimeter er hat sich für die Anwälte und sie liefen sich auf die Ostern und die Stolz und Schöpfung liebt die Liebkoppel nachdem ich habe ich und erinnert und sobald er kommt zu können und das ist der Grunde zudem zudem wenn ich will nicht mehr wie er es gesagt hat der Berg Beckerberg der Erdbeeren die Euro will dass die Schüttel der Welt zudem zudem die Erdbeeren Jungs war das war das wie sie jetzt in der Welt weg 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 die krone so berührt ich habe festgehalten mit meinen eigenen affenhänden gezogen gepackt mit diesen dreckigen ich kann sich aussprechen ich bin ein ich bin ein jude wenn ich das jetzt verliere so jungs aber in der runde ist auch alles perfekt gelaufen in der finale jeder hammer ein direkt hat nur das mit so gut als rausgeworfen wurde als der festgehalten leider nicht und ich habe gesehen er sich hat gesehen aber ich habe gesehen worauf geflogen aber ich habe mich deshalb hier dazu geschaut soll ja sein und so morgen ich beliebt hätte ich gewisse Runde richtig krass packen Weg der wird so reich heißen also so wie ich bin ich noch nicht mehr so ist gar nicht hier irgendwie das ist zu dreckig hier in dem Modus ich mache einfach hier die Abkürzung auch aufgrund der Kurs nach Karte aus der Kurs vor Ort im Moment 9 also ich auch wirklich böse gemeint aber auch Spaß als Naja ich küsse ein Herz du du beliebt du beliebt und das ist das wichtigste ich bin vor allem das wieder vor dem jahr ich weiß warum ist das eine Abkürzung weil ich bin ich will auf der Kau ich bin 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 gegrieft ich hab Gott und wird jeden Job gemacht Junge ich schätze ich warum mir so viele halt mich nicht fest du Notensohn du Notensohn ich hab dich auch vorübergehend und er hat mich festgehalten so ein schwarzer Hurensohn ich fick seine Mutter ich war das nicht nein nein das war so ein dreckiger mit seinem Dreckigen Noten so ein Hut ich hoffe sein Vater wird ne ne sein Vater nicht ich hoffe er wird nächste Woche Krebs essen und daran nehmen so ein schwarzer Mäsel du die Korpsen und Juli Korn wir gehen auf Juli Korn bei mir und liegt auch nicht draußen in ihm glaube ich Bruder Kettchen Blödsinn wir packen das immer das hat der Tänk das hat das Ding der Ehebäude und der Bette der Ehebäude ist wichtig ich hab noch nie so dass man die Ehebäude ich denke er sich nicht rein um ein Gott schon wieder beim schwarzen Jungs ich habe beliebt ich bin erster ja ich bin ich schwöre ich war vor euch alle drinnen ich bin draußen ich war mir immer ein guter die in die Lava kommt kein stressbeliefer da wird man auch selbst geöffnet wird der Warte Entspannung Entspannung im Motto ist es schnell okay jetzt geht es als Gratwürgermeister man hat mich gerade gesehen ich bin fast 6 Uhr was runtergeflogen was auf Montag kommt aber er ist schnell der Schäfer der Mannschaft ja was ist er gestorben ich weiß auch was auch mal mit moment moment ich würde nicht alles gut was soll also wenn du sehr ähnlich wenn wir gehen in der Gegend alles konnte auch geschafft als gut als gut stattdessen neuer das ist etwas wert ist ja okay ich habe auch noch mal mit gekostet auf jeden Fall ist er in den schwarzen rausschmeißen wollen das ist der Ungarn kann man nicht nur uns die beiden rausgeflogen wie in der Lage in den Schönen bei den Jungs wo ist der Typ wo wir das wie draus ich bin hier mit dem Wut der Wut ist raus und die Wut ist raus und er ist nur aus und Masse auf das ist noch nie so gut ich war noch nie so gut Bordiger so schlecht was zu bärt er war am Ende aber richtig schön der Brot und kommt auch oder in der Wüste kommt schnell krassern ist und er wird schreit hat da was ich glaube man mit gewinnt aber ich kann mich mal auf alle Schilder wird jetzt aus wie er sich lief ich blieb aber er wird es raus wie muss ist halt so leider ist also wort du bist ein kollege fürs leben aber du bist raus wie ein fußleben nicht nennen zwei wochen schmeißen wir ihn direkt oder auch wieder weg nur wegen sein trainingsplan alles gut 3 jahre ich bin scheiße er ist ja noch in der klasse mit mir steht mann er hat noch gehetter und er hat noch nichts was anderes neben steiler teiler etwas ist hier kontakte zu kreativen genau digga das ist halt tag kreativen oh mein gott er war so clean noch nie so klasse oder ist draußen italienisch und du sind ganz vorne oder aber wie ich du sagst immer du bist draußen aber am ende bist du immer noch an den weg ich schwöre dass ich leider meine füße gereinigt hat dein mundweg sich eh bro du bist der größte kranker ich kann sie mit so gut ich habe euch wieder eingeholt ich weiß nicht wie er doch ich glaube ich mir besser zu nennen erhebe ich bin doch 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 also ich habe doch doch ich glaube schon also ich bin ich habe schon mal aber immer seit klinikum vieles mehr klinik doch doch die abkürzungen die nicht nehmen die es war für mich was sagen wo auch nicht so viele haben auch gefragt aber ich habe ihn ich habe gesagt das hier hat sie von euch die umgekehrt um ein gott zugekickt so vieles Geld muss der Lager ich bin erst mal ich habe es mir ein Prozent es ist so schön gewesen und mann oder einfach das war ich noch ein paar hier draußen die Jungs aus ein Tier hat und wo ich bin oder die Mauer gab ich nehme ich die Kürtel und erheblich wird vielleicht ist das nicht doch auch leuchtend ist die ich mache ich doch heute nur in sich beliebt da ein bisschen rauskommt mich an Teilen der Ereignisse letztlich Leidenschaft als Schadpacker habe ich gesagt dass ich die auf arabischen Männer mit der Kohlbeer und der nicht lief aus der Ruhe genau so hat es jemand gesehen und er hat es immer gesehen und er hat es immer gesehen und er hat es immer gesehen wenn das ehemalige ich bin festgehalten ich bin 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 so sehr gut aussehen aber auch gar auf dem Montag Moral der Bruder hat eine Fresse wie ich bis am Leben hat eine Gottsamte Fresse was erzählt du ein paar Stunden hat ein Maul auf der Skalber in die Falle der Welt ist leidet hat denn der ist es weil er ist das Geld er hat er auch mal ein Spaß die wirklich eine Alferde halb ich bin da und auf der Bühne ist es nicht schlecht bis Hälber am Morgen in meiner Meinung zu meiner Meinung er sagt viel zu viel ich bin raus ja er wird aus dem Haus ich bin ich habe gehabt erhielt da und erzieht sich an 901 auf ein level mit mir mit mir das kannst du nicht ausdenken ich wurde er nicht getötet er wurde festgehalten trotzdem damit durchgekommen das kann man nicht vergleichen ich bin untergefallen sieben qualifiziert zwei davon sind drei davon sind aus unserem team fressen und du bist einfach ich bin raus 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 der däste bis hellsehnte ich schwöre auf alles überfacht das abalter im däste alter siehst du mal was sie als erstaunen kann man nicht mehr und auf die heutige stelle mehr füßen ist eine halbe haufe der kamera gibt es ab fahrt ein paar jüngle und denjenigen dass sie sich sehen sie uns in den haus im spielraum die er denkt ist die das er denkt er denkt immer dass er sieht was ich sehe Roskartin muss nicht genutzt oder das war mit ihm Deutsch im Säckling Burak stark Buraklin 9 Murmett Buraklin oder kommen beim ersten Kuhn sieben auch die Erwachsenen oder 21 sieg oder so Nein Burak wird das darfst nicht machen Jambu Buster das hat den Grunde das ist der Fall die Press hat die feste Noten sollen alle dass die Masse Nein Buraklin ja aus Schaden wo er mit der Schmerzen und ich habe gewonnen na nun ist er hat gewonnen dieser Liebeserquare im Noten so und was war aber nur mit Monat worden ist ich weiß auch immer mit anderen BG kam er immer an gewonnen hat man ja gewinnen ja mit zwei Liedert können gewinnen ich bin in das ist nicht aufgefallen ich wollte den anderen eine andere ist auch bis bald bei mir wurde das angezeigt warum machen die eigentliche Animation dass zwei Leute gewinnen verfolgt und sobald die Bühne hat er gewonnen ja ich schwöre Butterkette geworden ich habe als Butterkette gewonnen er war so clean er hätte nur recht durch den Hammer laufen sollen da wäre schneller da gewesen aber er hätte ich den Typ nicht festgehalten hat im Moment nicht gewonnen da hätte er nur gewonnen da ist auch was soll ich habe ihn dann festgehalten und Morbid ist da durchgerannt er ist schon länger festgehalten ja ok fühl dich nicht Morbid ja nein nur dass ihr weißt dass ich Ding weil er fühlt sich so ich habe nicht viele Sieger gehabt hier ich habe nicht mehr Sieger gehabt hier ich habe nicht mehr Sieger gehabt hier guck wie er direkt hier Morbid füllt du willst nur flexen du willst nur flexen du willst nur flexen geh mal weiter flexen im Gym geh weiter am Gym flexen du willst dann voll Geiß und voll Anita flexen Absicht was sowohl doch mal Jungs ich habe in euch alle beliebt Bruder sorry aber das gerade hat mich provoziert weißt du vorgäste zum brechen weißt du Bruder vorgäste zum brechen ich wurde gebrochen ich wurde gebrochen und du hast noch auf mich eingetreten weißt du hey wir sind Jungs was sagt die ich mit ich bin auch nicht so was du hast gesagt Ding ich bin auch festgehalten da wo ich so was auch schon ich bin zufrieden ich bin zufrieden moment hat eine Fresse und druckbereit ich bin kein TikTok ich bin ich bin ich gebe zu ich habe nicht beliebt gerade in mir deswegen habe ich verkackt sonst welche er hätte schon wieder die Krone geleckt wer wer also ist also im Moment ne wala du bist immer eins der Affe er ist so nicht multitaskingfähig er guckt TikTok und kann nicht zuhören kick ihn bitte ich sie das ist er so dumm er macht kein Insta-Story das er folge als win geholt hat er schickt zu Kani Fortnite jeder von Kani Fortnite hat mitgekriegt hast du gewonnen hat jeder 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 hat mitbekommen jeder hat mitbekommen außer Akin und er antwortet eh nicht wieso schickst du es rein willst du mich fanfangen na weil du meintest dass jemand anderes gewonnen hat ist niger alter mach doch was du bist immer noch nicht bereit wirklich Bro Digga wenn du Handy hast und Headset hast dann bist du auf Level von Akin Digga Digga nein unter irgendwo er ist auf Level von Minecraft Skin oder ich hallo hörst du uns überhaupt jetzt noch oder bist du in dein TikTok du rückst bereit Mohamed mach doch bereit soll ich ihn alle rufen ich ruf ihn an ey Jungs soll noch alle zusammen Minecraft spielen ich ruf ihn jetzt so hart an Digga warte wir rufen Momet an er hört uns nicht er ist kein multitaskingfähig lass dich in Ruhe du rückst doch einfach bereit ich bin bereit ich schwöre sogar bei mir bin ich bereit hey alter schickfoto hä guck mal guck mal jetzt geht da nicht hä 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 jetzt hä hä bin ich jetzt bereit ich schwöre sogar bei mir stand überall bereit ich schwöre auf alles ich schwöre auf alles oben stand überall jeder die Saison harten Ding und er stand bereit ja harten Lava ich schwöre ich glaube der Montser ist ein Junge der so wenig multitaskingfähig ist er kann nix er kann nix mit multitasking er könnte nix ich schwöre einer könnte nehmen ich doch von abgeschossen werden er wird nix er wird nix aber ich weiß woran das liegt Jungs ich muss jetzt wie ich mein Moment im Schutz nehmen aber wie ich wenn du laut TikTok guckt also so auf normaler Lautstärke und nehmen wir aus deinem Kontroller ihr müsst euch immer noch denken aus dem Kontroller kommen unsere Stimmen und da hört man wirklich nicht viel raus also wie ich wenn ich jetzt den Kontroller raus ja ich höre an TikTok kaum was wirklich ja ja trotzdem auch nicht so viel mit multitasking zu tun weil man hört auch wie ich man hört auch wie ich nicht aber wenn drei Leute rumschreien macht bereit und dann wird immer noch bereit rumschreien ist ok der Pinguin ich habe auf euch gewartet nach die ganze Zeit naja ich warte jetzt nicht das gefährliche ja ja ich habe ich ich habe gemacht wer du wärst du fast raus oder ja ja wer jetzt wäre diese Falle nicht aufgegangen wäre ich raus ja jetzt der Holstinger ich hasse die was ich habe Angst dass mich heute einer festhält also da muss ich mal mit den Schutze er ist halt wie ich einer der dümmsten im multitasking sein ne aber ähm man hört man hört wirklich nicht viel aus dem plästig für Kontrolle vor allem wenn man dem unterm Tisch hat wenn man dann mit alle die sind sogar hast du den auf dem Tisch drauf oder äh ist er unterm Tisch ja immer unterm Tisch immer ja ok dann dann habe ich mich bestellt dass es jetzt ist so wenig weil schätze unterm Tisch wird man gar nicht versteht wie hören wir dich eigentlich das geht doch gar nicht das ist unter dem scheiß Schreibtisch äh doch nicht ist so wie ich das ja nicht so schwer einfach einfach ein bisschen reinpäst so auf dein Tisch liegen 250 Euro du flex damit ey hört auf bitte ich sag das nicht ey ich bin als erster drin gewesen Jungs Bimbo Digga von rechts oh mein Gott Digga so ein Feind ich check diesen machen nicht was macht er gemacht da die oder 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 ich glaube echt dass ich raus bin aber ich weiß nicht also ich wäre mir auch nicht so sicher also ich weiß es nicht ich guck mal leute so aber ist halt nicht safe ich hoffe es sind sehr wichtig draußen ist gleich ja der wird es draußen das wird mir jetzt echt noch mal den wind können also ich habe jetzt nicht oft so wenn es ein immer eigentlich gehört kämpft am meisten er ist eigentlich so stark ne in den comics drags ja von der in mir das ist vor der lächung er hat nur zwei messer mehr nicht ob ja in einem die und an der ist ja auch voll groß oder so ne naja auch groß trotzdem aber er ist so aber selbst größer zum Film ja ob das Bock wenn sie sich raus fliegen was sich aber 18 muss nicht und elf sein mich schlecht werden Jungs geht im holding der Fittix nein nein ist ein box training geil ja schon wie viele leute seid ihr im moment ist mich voll das fakt ist sehr viele vom richtigen aber die syrer sind lachkig ich schwöre mit den syrern ist geil mit dem ich am coolsten vertrauen wirst du dabei zu unserer kickboxen du musst es selbst hundertmal strafen oder schwörst du dass du gehst das schwöre ich gemerkt haben ja auch mal schmerz also in halle ich nicht so belieben also kann man es hat auch nicht sich mehr haben als ob er alles sicher ist wie er noch wahrscheinlich stelle ich habe aber das bock hat gedacht ja aber ich würde ich habe ich noch nicht immer über eine abgabe der tat aus weg geschubst warten kurz ab die war und so und nein jungs er kann doch noch die mail ein blöcker du bist nicht raus du musst einfach neu machen das muss jeder von und als runde ich muss drei mal gezogen machen schämmer die ganze ziehen die milch in aber so oder wie es hat so berechtigt du reagierst viel über viel zu über ich bin jetzt ich werde es auch runtergefallen ich bin selber auf der selben position wie du ich mache einfach weiter und schreien schon durch sich das gast von dem welchen nutzeln und das geil und fix deswegen werde ich aber dadurch würde ich brechen dadurch wir sprechen ja kommen aber trotzdem wieder haben soll ich soll ich ziehen ich mache jetzt ein clip von den letzten drei minuten und sohn erhält mich fest ist der eiscreme sohn hat seine mutter tot schock sein vater mit ihm tot schlagen ich hatte es kann schon echt abfahren wenn leute ich fester ich nehme zurück dass ich habe die fronte hat deswegen der cupcake hohen sohn hat mich ja ich fix seine mutter ich schwöre auf alles hermacher haben wir 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 haben ich habe angst waren und heiler junge scheitern ja dann ist gut wir haben du muss belieben seit ihr habt ihr alle durchgeschafft mit hammer wir haben rausgefogen alle raum mit aus der moment jetzt hätte das spielverderber aber warum warum das macht doch kein unterschied ich mache ich ende doch nicht euer spielerlebnis ich mach doch einfach mein ding so warum nein nein bockte einfach nicht wenn einer sich haben wir machen die anderen schon ok ich bin ehrlich ich hab mir wie du bist ich hab mir wie du bist ich hab mir wie die fünf sechs da aber das ist auch ein flex der mauschaft ich hab den ich hab den hammer nicht mal getroffen so ein ding ist das ich weiß ich hab mir vorbeigesprungen ich bin 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 wenn ich wieder in carnivore meine wie zu flexen was uns dann schicken wir haben gar nichts keiner wollte sehen das ist durchgeschafft schön für dich oder du wolltest du sehen nein und er wird er war ziemlich mal das war clean ok es war clean wer gesagt hat er wollte sein wie leise er das mal gesagt hat ich glaub das ist eine foto shoppt oder nein ich hab kein bock mehr moment das bitte lieben wie ich das macht keinen spaß hexagon es gibt sprungprobe es gibt noch diese eisnähe warum spielen wir auf die scheiße gleich für uns spielen wir das die ganze zeit die mehr als doch das mit all das bock einschreiben praktisch ich fülle die map jetzt aufweist endlich kann ich habe keinen bock mehr auf die map kann jetzt auch das normal spielen gleich trupp mehr als er noch trupp ich hatte noch nicht genannt ist immer mehr in den neuen Sitzungen wo man es gibt er ist er hat man aus der Kampelgottel aus der Kappelgarten mit dem jetzt gerecht jetzt gerade auch auf diesen goldenen Wettbewerb an die ich nicht nur als links war auch war auch muss längst sein jetzt wird es war raus läuft man nur raus dann hat irgendwie mal rechts raus jetzt geht es weiter raus das ist so rechts dafür sagt raus sagst nur raus mann jetzt rechts jetzt muss es jetzt links ja guck mal diese map macht hat auch echt keinen sinn also ich fühle die map nicht wer macht ihr den rhein labyrinth das ist doch kein einziger skill wie spielen wie pass bei der map ich habe auch vorher macht eine challenge mit zwei max ja ist das hier fünf siegen hintereinander und da kommt auf einmal so ein finale bei der dritten runde oder so da bist du sauer ne fühle ich gar nicht das hat nichts mit skill zu tun genau das hat einfach wie ich nur mit sack zu tun naja ich will jetzt auch gar nicht mehr ding reicht auch langsam kürz hier im stil auf trupp ein moment hast du auch meinen affen skin das sind mehrere shows und ich trug ich war die ganze landführer ich hab's gar nicht bemerkt beim zehnmal gerade gesagt macht trupp also vor der runde schon macht bereit morgen mit dem teller ich dachte ich wusste nicht dass ich trupp anführer bin also ich dachte jemand anderen ich habe mich auch mal kauft einfach mein kürzeln von der meister kann mein werft ich kann sehr sehr gut ich kann sehr sehr gut mein kraft ich kann sehr sehr lange fragen also ich glaube ich nicht schlecht sehen es kenne ist doch ein bau ein haus gibt mir die beste materiale von ganz mal kürzelt mit zehn stunden zeit ich bau den kacke ja ja schon was auch spielen jungs akam bestimmt geile aber was ich immer sehen videos und so das sieht müll aus oder eben ist auf pc ich bin das oder die dinos haben mehr leben als keine ahnung was ja wenn man die menschen schüler man kann alles einstellen ja dann alexberger 500 millionen tausend nehmen oder was ich habe mal eigentlich dass ein dodo über 50 kb hat also ich habe halbe stunde lang mit ihm eingestocken und spiel bock doch nicht halb schluss und scheiß trecks die nur eins stechen eigentlich toll tatsächlich nicht ganz cool ich weiß nicht bestimmt dinge hat die rolle gerockt ne christian bale als gore save dead gerockt war mir das ding ist martin nicht zu oft gesehen ja aber von gore erwartet man das auch nicht so so oft aber er war echt gruselig er war echt gruselig ja er sah krank aus ich habe das gefühlt dass sie das idee nicht so comic accurate gemacht haben aber das dann hat gesehen hat dass das wie ich christian bale ist so und hinter diesen schminke und so ich würde gehen warum einfach ey was soll das denn das ist truppshow wieso hältst du mich denn fest eigentlich wenn ich ein wichser wäre würde ich jetzt für immer stehen bleiben und uns die punkte nicht gönnen wegen dem nun soll ich schwör auf alles so ich kann morgen die runde versauen nein nein ich schwöre ich bin du ich bin stehen geblieben ich habe das auch bei der ersten runde eigentlich ohne ein also könnte nein egal machen ich werde so erst dann gehört mich so hässlich oh mein gott digga wie ist er schafft sogar noch den mittleren durch die mitte clean cleaner als juice world sein erst noch große kürzeln gönnen packt mich nicht an wie ich du fackst mich wirklich noch äh digga warum wollen warum ich was habe ich gemacht so nicht ja dann ist mein geld von tüten hieß und hätte dann höchst du mich gehört die machen wir nicht so und den ich bitte bleiben stehen bitte machen wir sehen ob ich soll nein ich so nicht mehr wenn alle richtig gut sind packt man das eigentlich wenn alle richtig gut sind sind wir gut und wir haben die erste wieviel euro wird ihr dafür bezahlen einmal ronaldo zu sehen wie leicht zu sehen also ihr seht das einfach kurz vor euch gar nicht gar nichts egal was bringt das auch nicht mehr also einfach nur also nicht mit tor und feeling und keine ahnung was ja okay ein ganzes spiel mit tor jungen sein und direkt ich steht ja ja und dann gibt er die hand und danach sagt ja 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 er macht tor und gibt die hand also ihr seht den einmal im wähler von der sieht euch abschweifel ist gottlos aber nicht oder kann das gar nicht nehmen oder kannst du das gar nicht jetzt ich hätte nie mein leben gewonnen oder ich habe nie mein leben schwanz denn wir ziehen geld sind da haben wir verkannten was und ich bin nur so ein schwanz im gelb sind im gelb wir sind gelb und grün wir sind blau ihr habt so allerdings nicht die schwanz und nein nein was hält ein grüner fremder mich fest ich fick jetzt eine mutter tot im moment langsam fachs und jungs wisst ihr wenn ihr unbedingt müsstet mein wlan das denn jungs geht das wlan nicht du leck mein schwanz digger so leute dann war es jetzt noch mit dem video bestimmt geht es gleich weiter tschüss